Der Rat der Nation Der Rat der Nation Der Rat der Nation Der Rat der Nation Der Flammenwerfer Wie viel macht der Flammenwerfer? Sechs Schaden Der Elf Schaden Zwei, vier, sechs, acht, zehn Wenn er ihn trifft Dazu gehe ich mal näher ran Oh Gott Okay, er hat aber getroffen Leider nicht durch Ich habe kaum noch Munition Alles wieder im grünen Bereich Ja, das wird übel Äh Ha Er versucht die Dankenkontrolle anzuwenden Weil er so ein Psychi-Wichser ist Oh Hier 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 Der hat aber nicht Ressource, muss man sagen Ziel erledigt Schuss hat Ziel verfehlt Wie, Ziel erledigt? Warum saß denn Ziel erledigt? äh der muss sterben na wir müssen die Hauptcard hier sowieso reparieren ja mach doch stecken wir noch alles in Brand wir haben ja sonst nichts vor so wir haben eine Plasma ach Dreck Drecko Mio nur eine trifft äh äh stimmt da waren zwei von denen oh Gott und Chang muss noch nachladen da hinten äh Chilong äh bitte cool meine Rekruten sind in Panik cool und schießen auch gegenseitig ab äh bin ich auch wieder dran hallo das ist ein interessantes Bild möchte ich mal meinen äh Gott oh Gott oh Gott oh Gott no ja natürlich ja noch nicht genug Gegner mehr ja ich hätte auch gerne ein paar Rotel von denen alter das ist ein ach du heilige und wie ich habe keine Plasma Waffen fuck ne versuch's mal mit Granaten wie was zum wo ist die Granate hin sehr fette Damen und Herren das haben sie nicht gesehen warum hat sich die Granate in Luft aufgelöst bitte herf sie und triff explodier immerhin ich könnte einen immerhin denke ich mal ausschalten vor allem dass ich zweimal darf ich bin froh dass ich sie habe so wir haben noch Möglichkeiten Chilong gehen wir in die Mitte wir kriegen ja nämlich auch gleich Besuch und lade nach so wen siehst du das ist der ah ja genau ich glaube du kannst dich hier ja probier mal trifft immerhin und jetzt sind die dran äh die Suche gab es ja auch noch oh 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 haben wir hingetroffen ja Strimulation yeah das ist ein Feldposten Mist ich verbrauche ich verbrauche zu viel Munition ja sollst du ja auch nicht essen oh oh Mist ich habe gehofft die brauchen noch länger hallo nicht schießen Kommander die Notstromakkumulatoren sind fast wieder aufgeladen und ich sollte jetzt eines der inneren Schutztore öffnen können ich schicke so viel Verstärkung wie möglich durch ehe die Ladung aufgebraucht ist und das Tor sich wieder schließt okay der ist keine Gefahr mir halt immer ein Deck was heißt das ich schaffe mir diesen 4 Kills mit Sicherheitsleuten okay so das waren ein paar Server brauchen wir nicht mehr daneben ja das noch ein Versuch einer weniger von 7 Feind eliminiert und getroffen auch nicht schlecht äh sie sind du möchtest nachladen du trösten Mist hat er eigentlich gehofft dass wir müssen alle nachladen du musst jetzt die doch wieder ran Mist da kommt noch so ein Fisch die sind echt die schlimmsten wo will der hin hoch und hoch und hoch und oder wo die weitere Verstärkung wartet auf Befehle sobald sich die Notstrom Akkus wieder aufgeladen haben schicke ich einen weiteren Trupp durch Ma auch Shield das ist äh eine meiner besten Kämpfer aber ohne Plasma Waffen ist im Prinzip ja nicht gerade sehr schick naja aber besser als nix ne die hat immerhin Bonis so kannst du dich mal um den kümmern ich müsste gerne mal ein paar Leute nachladen die meisten werden von dort kommen also von der Richtung das ist natürlich jetzt die Frage ne lauf mal da rum schon wieder da ist hier überall etwas im Belüftungsschacht oh wir kriegen es hin dass der schießen darf ist überhaupt ist überhaupt ein Wunder aber was kommt jetzt ach nö keine Chrysaliden bitte warum hat er nicht nachgeladen der hat auch nachgeladen ja jetzt reicht's aber ich hab schon so viele Gegner der hat auch nachgeladen naja der werft eine Granade da steht eh niemand mehr kann es schweben cool ja 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 Ich versuche übrigens herauszufinden, welche Gegner am meisten Schaden macht. Und das ist dieser Wackelhackel da. Da hat er auch gerade die Sicht versperrt. Ähm. Ja super. Muss er da stehen? Der stieg genau hinter einer Säule, dieser Wichser. Ja gut, er sieht ihn auch noch. Zum Glück. Könnte ich nämlich den Rest geben hier. Cool, schön in die Falle. Genau, so soll es sein. So, wer ist noch dran? Okay, paar Leute hier. Die alle treffen, die erhöht natürlich die Chance, dass Solo ihn jetzt platt macht. Kriegen wir Verstärkung? Dürfte prinzipiell nochmal. Commander, die Notstrom-Akkus laden gerade auf. Sobald volle Ladung erreicht ist, öffnen sich die Tore und ich schicke weitere Verstärkung. Sehr gut. Okay. Stehe ich ihn da hin? Ich stelle ihn mal hier hin. Gehe in Position. Und ein bisschen nachladen. Und ein bisschen nachladen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020